ja ja so knapp wie viele gegner sind das denn bitte sind ja unfassbar viele ja es bleibt ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig als sich gefallen zu lassen ich muss gar nicht kontern irgendwie das gefühl weil ich die schneller ko schlage als dass sie mich angreifen so wo ist jetzt die frau da oben wo ist kobbelport von mir hast du nichts ein wenig mehr druck und ich zerquetsch dir den kehnkopf also na gut na gut er ist in seinem büro da kommt man nur über das theater rein auf der anderen seite des casinos aber an tracy kommst du nicht vorbei tracy ist kein problem als wäre eine frauenproblem wo ist die überhaupt hin die frau ist weg ja da muss ich durch aber wieso ist die frau weg wo liegt denn der executioner habe ich hier nicht irgendwo zu brei geschlagen oder muss ich ihn da drinnen suchen lustig konnte der einfach mal überhaupt gar nichts choose your weapon nach geil ich will auch so einen arena kampf mit waffen machen ist bestimmt lustig aber ich habe einen stufenanstieg moment ähm 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 das ist noch versiegelt oh mehr battering schaden nice will ich aber nicht äh was gibt es hier kann ich noch nicht freischalten alles schade und hier gibt es auch nichts neues außer moment kugelsicherer klingenducken ausschalten kampfpanzer kritischer konter äh ja dann nehme ich mir direkt mal das nächste mit hab mir ja gesehen nahkampfschaden in dem spiel wenn man richtig spielt ist quasi nicht vorhanden dementsprechend braucht man auch erstmal die rüstung nicht außer man merkt halt später es wird wirklich kritisch was ist das da oben moment ich muss grad mal da muss ich überhaupt raus okay dann gehe ich erstmal kurz in die entgegensetzte richtung und gucke ob es hier noch irgendwas gibt was ich gebrauchen könnte vielleicht ist ja hier noch irgendwas cooles alte raketen die übertreiben aber wirklich hardcore nein nicht da rein fliegen wo ich den weg wieder hochlaufen nein oder ich kann mich hier hochdingsen kann ich mich hier hochziehen nein ziehe ich irgendeinen weg raus kann ich nicht die wand hochklettern ich muss wirklich wieder zu fuß gehen ich fühle mich ein bisschen verarscht ich meine hey ich bin batman und muss zu fuß gehen schiebung aber wo exit dran steht muss nicht exit drin sein das kennen wir ja schon aber es sieht gut aus wo auch immer ich hier gerade bin ich denk mal ich muss hier runter ja sieht gut aus sieht gut aus schwimmen kann er immer noch nicht man lernt auch irgendwie nicht überhaupt nicht dazu so wie ist die funzt tracy oder so bin mal gespannt ob die noch irgendwas bringt da unten steht tracy ich lese die untertitel nie mit sorry ich höre stimmen ich höre stimmen da oben erstmal kann ich hier was hacken das ist schon mal gut was kann ich denn hier hacken ne 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 stopp 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 den brauche ich ach kann ich nicht hacken ich habe auch den sicherheitscode ich kann gar nicht mehr so an sich hacken interessant bis du den greifhaken einsetzen kannst jetzt zum beispiel wo sind die da oben hello und tschüss das nicht mitbekommen hau ich ihn halt so um was solls hat jemand den eindringling gesehen ist der noch auf dem schiff das hier ist ernst ne ne ich bin nicht mehr hier ich bin ich bin schon weg ich bin nur deko ignoriert mich einfach beachtet mich gar nicht ach quatsch eindringling ich kann mich auch wieder in diese ecken stellen ne ja geht immer noch ok ich muss gucken dass ich den typen da hinten als erstes ausgeschaltet kriege scheiße das wollte ich so nicht weil der typ hatte ne knarre ok jetzt nicht mehr ich dachte er würde es mir schwerer machen aber da hab ich mich wohl etwas getäuscht huch klappt aber hier auf engem raum gerade überhaupt nicht mit dem kämpfen oh gott jetzt muss ich mit dem nicht invertierten ding hier durch oh mein gott und wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin halt stopp ich muss erstmal gucken wo ich hin muss ich kann auch bremsen 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 ist gut dann kann ich mir einen überblick verschaffen ich bin verwirrt kehrtwende 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 wo muss ich hin wo muss ich hin wo ist das ding was ich aktivieren muss huch 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 da oben da oben muss ich das verstehen egal ich will jetzt wissen was diese komische trace hier auf dem kasten hat das interessiert mich jetzt viel mehr dieses muss geöffnet werden um die daten zuzugreifen wie kann ich das denn öffnen oder so nicht ich muss irgendwie muss ich lernen schließlich ah ha i know i know i know i know i know i know wasser wasser umdrehen das war knapp vorsicht seht ihr gut mitgedacht meins ja ich wusste doch dieses stromding da muss doch irgendwas bringen kann ich sagen dass die einfach einen stromkasten dahin pappen ohne dass es irgendeinen sinn ergibt ist hier irgendjemand nein deswegen deswegen kann batman das ding auch einfach auftreten pam was zur hölle geht hier ab da sieht wieder alles da oben ist sie oh und hier unten ist noch ganz viel mehr äh 1 2 3 ganz viel ok 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 ich muss irgendwie einen weg finden ok easy den hole ich mir einfach so und von dem letzten gehört der sowas versucht hat der pinguin hat zu ihm gesagt seht ihr das meinte ich warum so umständlich das war's schon man ich muss echt mal ein bisschen was einfallen lassen freunde das ist ja echt nicht mehr auszuhalten wie einfach ihr umzuklatschen seid was tust du da achso noch mal speicherkarte du willst mir also so richtig auf den zeiger gehen oh ja oh oh nicht cool nicht cool nicht cool lass mich in ruhe kann ich auch wieder so schnellgleitdinger benutzen wieso kann ich das nicht zünden dann töte dich ah ok es funktioniert also doch noch so schnellbatterranks und alles greifhaken dies das klappt alles batz ok super mehr wollte ich auch gar nicht wissen scheiße ich brauch doch langsamer nahkampfskills hab ich das Gefühl oder rüstung eher gesagt ich stell mich grad ein bisschen blöd an gut ich bin auch grad ein bisschen unaufmerksam muss ich dazu sagen ich hab grad den waffenachladen gehört das gefällt mir nicht wo ist die wo ist die da Messer und Pistolen könnt ihr bitteschön alle mal hier weglegen oh Gott warte mal auf damit jetzt und tschüss ah fuck der mich wieder unterbrochen warte mal auf damit batz nee komm her ist nicht mein Freund dat so ach ist das nervig wo muss ich lang wo muss ich hin aha da da ist was für mich komm ich da durch wahrscheinlich nicht oder ne ok dachte ich mir probieren geht über studieren warum sind hier ach da drüben ist ein Gitter ok was ist das hier aha mein Datenpaket sehr schön ich bin gespannt was jetzt auf mich zukommt aha die Tür ist offen hatten die Waffen ih ja die haben Waffen scheiß wieso hat der mich erst gesehen egal die sind alle so nah das ist dann auch wieder latte ich meine wenn ich nicht alle ganz schnell aus dem Maul hauen kann dann kann auch keiner auf mich schießen das ist relativ praktisch so jetzt kann ich hier nämlich auch in Ruhe durch die Tür gehen also in Ruhe ist das auch wieder relativ huch ach toll benutzen weißt du ich will ein Batarang drauf schmeißen ich muss einfach nur den Knopf drücken haha ist das dumm klar ist der übel das bin ja auch ich mit deinen besten Leuten auf nicht nur noch heiß keine Ahnung erledigen Candy Tracy wie sind die überall Frauen ach jetzt stecke ich in der Scheiße ja Candy boah ich hab dich echt ne Ohrfeindes verdient ich hoffe du greifst da nach deinem Lipgloss ich wusste doch du bist ein echter Schlappschwanz ha 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 hab dich komm schon lass mich raus nö ich find das total witzig ich kann sie mir schön in Ruhe lassen wenn Koppelport das hört würde garantiert stink sauer sein wir tun das genug mach auf und lass mich raus ok warum ist die Tür jetzt offen also klar warum ist ne dumme Frage ich mein wo komm ich da hin ist jetzt eher die Sache wow hi Gott warum ist der so fett uiuiui ich hab Angst ähm uiuiuiui alter was geht mit dem denn ab läuft der grad ein bisschen amok ja er läuft ein bisschen amok ist mir aber egal ich kann es äh nein lass mich in Ruhe lass mich geh weg ich will aus deinem hässlichen Griff raus aua au au vorsicht ich will grad wieder zu viel auf einmal das funktioniert nur leider nicht ih wie sollt ihr ne Knarre wo ist der hin nach da scheiße scheiße ich wollte eigentlich den Knarrenmann schlagen so war das geplant uh schnell mit dem Rest ausschalten bevor die wieder mit Knarren kommen da hab ich keinen Bock drauf oh geht doch meine Güte jetzt will ich wissen wo es da hingeht wenn die schon die Tür so ekelhaft gut bewachen ich kann Knopf drücken das mach ich doch jetzt mal total ui sieht das riesig aus krass Freunde die haben alle Waffen und ich glaube ich machs mal wieder nett und mach hier nen Schnitt schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare was ihr bis jetzt von Batman haltet und ob ihr auch die Vorgänger gespielt habt kann ich euch wie gesagt nur empfehlen und äh wie gesagt lasst ne Bewertung da wenn es euch gefallen hat wir sehen uns dann in der nächsten Folge machts gut ciao